hallo und herzlich willkommen zu duly tv eine schöne neue folge erwartet euch story mission wir killen jetzt den avocado aranja natto orangino den drachen dinosaurier mit den flügeln und wir sind heute ein full team und ich bin definitiv der krass ist schlecht ist equipped aber wir wollen wir wollen sie unbedingt so halten dass ich anfange zu kämpfen und wenn ich schwierigkeiten habe dann kommen die jungs rein und retten wir den hintern so neue quest bekannt machen das mache ich jetzt aufgaben fliegende funken tobi kadachi micholei verlängert die dauer einige objekte effekte also ich mache jetzt hier vier spieler passcode nein und dann mache ich einfach abschließen verlängert die dauer von dämonen mittel und so quatsch welches welches lager nehmen wir ich nehme mal einfach nordöstlich doch einfach die zahlen und dann nehme ich auch noch so gut sein hier südwestlager 1 für deine quest oder wie ja 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 ok quest akzeptiert er hat volle gutscheine ist egal gruppenmitglieder 1 von 1 steht da jetzt ja weil das kommt noch nicht gesehen hast ok dann aber ich futter jetzt eben noch was danach können wir rein ja ja das machen wir ja alle was nehme ich denn da elementar widerstand hoch angriff hoch verteidigung neben angriff ich glaube bei dir würde es glaube ich eher sinn machen wenn du elementar oder verteidigung hoch ok ja dann mache ich diesen elementar gelöt mal naja das ist ganz gut ich finde ja ein bisschen schade dass die gerichte alle gleich aussehen ja aber das verändert sich ja ja aber ich meine wenn wenn ich so japanische spiele normalerweise seh da ist ja essen immer sehr detailliert dargestellt und hier ja auch aber es gibt irgendwie nur ein gericht und das finde ich ein bisschen schade ok öffnen geht los ja geht jetzt los jetzt muss ich noch finden und dann beitritt nach der abreisen blablabla ok möchtest du quest aufbrechen jo geht los dieses dü 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 da muss ich jedes mal an jägermeister denken ja ja im endeffekt dein ziel das ist original äh stimmt ich denke dass ich da jetzt erst drauf kommen oh mein gott ohne scheiß ich habe ich habe wirklich nicht gecheckt es ist aber jägermeister allerdings kann es wird nach einer weile planänderung für die ausrüstung wir liegen schon tobi ok 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 ja stimmt wir sind ja bei tobi da war ja was das ist ein schlecht gegen tobi und einig feuer wo hält sich denn dieser gute das ist übrigens der cousin von kim kardashin alles klar wasser und feuer ist ganz gut ok alte fußspuren noch ein bisschen nach füße so alt sind die noch nicht habe ich ihn jetzt schon ich glaube ich habe ja schon aber so ein pilz in der schaue immer brauchen fußpilz ach gut dass du sagst ich kann auch meine terror der safari los ist gerade zurückgekommen bei mir ja auch ich habe vergessen noch zu schicken und wie habt ihr noch pack auf das spiel so nach 2000 stunden oder ja ja irgendwas geht doch noch zuerst mit mir noch durch das geht nicht das geht gar nicht ab jetzt hier gleich die spuren genau weil ich ihn nicht weil ich ihn nicht mag ist klein und hat eine glatze ja sagt doch mal einer dass man hier nicht unterhalten wird okay ich habe das gefühl ich bin schon irgendwie fünf kilometer gelaufen ich folge gerade einfach nur fußspuren oh oh katzin 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 alle schnauze die sagen wohl ist eigentlich auch egal weil er sagt ja nichts das war jetzt eigentlich egal welche waffe nehmen ich nenne rater los ich habe einen kompass auf meiner brust das habe ich jetzt zum ersten mal gesehen das ist tobi kardashi what the fuck ja wenn du okay leute helft mir ihr coolen boys und girls ja dann machen wir mal ich bin schon drückt geht schon bis heute noch reichen rein ok 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 soll ich dazu auch noch was sagen die leitung geht auf ne ne ihr sollt einfach mal die klammer halten und mir helfen weil ich hier gerade ja ja also ich glaube ich bin direkt oh ich bin mir staun oh fuck ja fluchten und heilen oh nein startmenü wieso muss ich jetzt starten merke ich habe ne ihr seid drin ne ihr seid drin ja 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 die sind doch da der ladeberg ist ja hart ist weg ich geb mir so hart du geiles kleines menschleifeln zu die sind die sind die sind die sind die sind drei die sind das die sind die sind oder das die sind die sind die sind Wir haben doch keine X. Achso! Echt? Macht das so'n Unterschied? Ja. Das haben wir am ersten Wochenende hart gemerkt. Benni ist einfach hundertmal schneller gewesen als wir. Na dann, ich lauf schon mal hin. Ja, X ist halt geil, ne? Ja, also. Jetzt ist meine X heute wieder. Echt mal? Ich habe ja auch eben 500 Euro über, klar. Ne, ist nicht mehr 500. 429. Ja, das stimmt. Du hast es günstig geschrieben, das stimmt. Wuhuu! Macht aber jetzt nicht so viel günstiger für mich. Ne, nicht wirklich. Knack, knack, knack. Guck mal hier. Nein, nicht killen. Ich will zuerst sehen, wie er stirbt. Ich töte ihn ja auch nicht. Ich bin da und ich guck ihn an. Okay, okay, okay. Ich will ja auch die Challenge haben. Ich will zwar auch mit Leuten spielen, aber ich brauche mich verständlich. Ich kann mal, du bist erst mal weggefallen. Geil. Oh Mann. Digga. Hier geht voll die Action gerade, ne? Der haut sich aber volle Palle auf die Fresse. Ach. So, jetzt darf ich auch mal an. Au. Das war knapp. Ich hab mich fast schon wieder getraut. Au. Okay, ich bin da. Der Cap ist da. Jetzt gibt's, jetzt gibt's richtig Fratz. Mir war da 74. Ich trink mir erst mal ein. Oh, ich bin kaum reingekommen. Ich hab schon Schelle. Au. Oh, ich hasse diesen Sachen. Hau, kommt anspiegelnd. Ja, was denn? Irgendein Action machen. Kann man eigentlich, ähm, wenn man... Wenn ein Switch-Expoil grad auf dem rumhackt, ich... jetzt auch noch auf dem Haus? Oder immer nur einer? Nee. Kann immer nur einer. Boah. Also Switch-Ex und Filete, das ist nicht gegenwärtig. Das hat Nikolai erlebt. Wenn ich da drauf bin, Nikolai draußen bin, dann zieht ich runter. Ja, aber nicht immer. Ich war teilweise drauf, weil ich konnte es nicht drauf hatten. Boah. Alter, was geht die gerade ab? Ach so. Muss er erst looten? Okay, geil. Aber es sind nur Piercing-Ports. Nee, es sind nur Piercing-Ports. Nee, es sind nur Piercing-Ports. Ich, ich bin irgendwie, äh, noch so geblitzdingst gerade. Ja, das würde ja nur null wären. Warte. Das würde ich gerade aufbissen. Ja eben. Kriegen wir seinen Schwanz? Boah, ich bin schon wieder in Ohrmacht gefallen. Alter. Der ist, ist der stärker, wenn man zu viert dödelt? Ja. Ja, ja, der wird stärker. Die Lobby wird stärker, wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist. Boah ey, also dafür bin ich... Nicht mehr klick, aber... Boah, ich habe nichts gemacht. Ich hab ihn einfach nur mit, äh, gibts dem Stinger abgebucht. Ey, ich schaffe es doch niemals in 60 Sekunden dahin zu kommen. Doch, doch. Wir können den ja normal für dich töten, wenn du möchtest, wenn du den Lut haben. Nein, 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 hört mal auf jetzt! Ja, mit was denn? Ja, mit... mit gelabern. Ich muss den konstruieren. Mit blabern. Laufen ist gerade schwieriger als, den zu töten. Ja ok, ich bin doch nur gestorben. Ja. Ja, aber so ist das, ne? Wenn man in der Gruppe spielt, dann... Ah, flieg, Hauke, flieg! Oh, schaffe ich das noch? 30 Sekunden, ey. Oh, doch nicht. Hier, du auch. Nein, flieg! 30, 20 Sekunden. Oh, komm, 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 komm. Boah! Das weiß ich noch. Bei Tobi ist das noch nicht mal ärgerlich. Uns ist das schon bei Viechern passiert, die wirklich, äh... Na ja. Komm, komm, komm. Einmal noch, einmal noch. Scheiße, ich hab den dritten, hab ich nicht mitgenommen. Fuck it. Egal. Schade. Vielleicht eh ne Menge Loot. Ja, das stimmt. Ich hab auch einen so'n Gutschein benutzt, ne? Also... Ja, davon kommst du richtig. Ja, wie gesagt. Dann ist das ja gut, dass ich den Gutschein genutzt hab. Du kriegst uns zu den Level 1. Ja, voll. Ja. Die braucht man ja auch noch. Ich kann ja auch verkaufen. Aber ich benutze die immer und mach damit voll. Okay, zweimal Gutschein-Bonus. Zweimal Gutschein-Bonus? Nein, da steht nur mal zwei Gutschein-Bonus. Ach so, okay, okay. Du hast halt einfach doppelt so viel Geld bekommen, nenn ich. Jagdgemeinschaft. Geil. Meine erste Mission mit euch, Boys. Nicht alleine. Nicht alleine. Nicht alleine, genau. Was, was... Captain Claudius, ich bin Feldforscher. Guck. Da-bam. Erstmal ernten. Wir ernten, was wir sehen. Und was sehen wir? Macht's an. Joa, das ging ja relativ schnell, ne? Kommt jetzt noch mal ne Cutscene? Ja, ne? Ja. Oh, Cutscene. Oh doch nicht. Oh, werter Jäger, ich könnte dich küssen. I. Der will mich küssen. Dank dir werden alle Jäger in den Genuss kommen, unsere Spezialwerkzeuge nutzen zu können. Er ist voll geil. Er ist wie Cuba, James Bond. Wo er halt nen Samenbaum gepflanzt. Wie, was Besonderes ergriffen? Ja, okay. Beutelzug abgeschlossen. Was erwartest du? Jäger der Fünften, kommt zu mir. Ich arbeite jetzt nicht lange fest für euch. Das ist halt echt schon recht lange her. Okay, ich mach mal eben kurz die Beutelzüge hier fertig. Beutelzüge. Der Typ hat mir schon wieder nur Scheiße mitgebracht. Der Seemann? Ja, keine Ahnung. Ja. Teilweise bringt er natürlich guten Kram mit und teilweise halt so... Bäh. Okay, Leute. Ich muss jetzt mal eben kurz, hier ist nämlich ein Ausrufzeichen, jetzt muss man eben... Geh mal labern. Geh hin und fang an zu labern. Ah, geil, jetzt kann ich ja auch pflanzen oder was? Ja. Geil. Das hast du jetzt freigelassen. Das hast du sehr gut erkannt. Wir können Tobi gerne mal noch auf High-Rank twippen. High-Rank machen. Dann kann ich die Waffe fertig machen. Ich auch. Ey, das ist so... Das ist so Quatsch, ne? Okay, du kannst... Für Rathalos brauche ich nur noch einen Rathalos-Rubin, Banos-Sachen und das war's. Und noch ein Fehler von hier. Dann hätte ich die komplette Rathalos-Rüstung. Okay. High-Rank. Dünger. Du kannst Forschungszeug... Okay. Muss ich Dünger? Ist das dann Kacka? Ne. Ne, das kaufst du einfach. Ja, aber das kaufst du einfach. Das bezahlst du mit deinen Forschungspunkten. Okay, das ist nicht so, dass ich mein... Wenn ich Kacka aufsammle, dass ich das... Du musst nicht Kacke sammeln und... Ne, ne, ne. Ne, ne. Was... 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 Pack ich denn am liebsten jetzt da so rein? In den... Am Anfang... Honig und Kräuter, damit du Megatränke bauen kannst. Okay, dann mach ich erstmal Honig. Dann musst du auf jeden Fall immer... Ja, keine Ahnung. Bei mir heißt das Gelee Royale oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gelee Royale! Das ist ja auch geil. Muss ich jetzt direkt schon Dünger kaufen oder reicht das? Also du kannst es auch lassen, aber du könntest Lockmittel nehmen, dann kriegst du mehr. Okay. Du hast so viele Punkte. Okay. Ja, ne. Ich lass das jetzt erstmal. Ich mach das dann später. Ich wollte jetzt erstmal... Ähm... Ich muss mir eben noch ne Waffe bauen. Rede mit Anführer des Feldteams. Das machen wir doch noch. Du denn auch nicht. Was hast du zu erzählen, Bambo? Jo, cooler Team. Ging recht schnell. Sag mal... Ich muss nur noch... Eigentlich müsste ich nochmal ne Gigante machen. Ich brauch noch drei Klauen und einen Edelstein von ihnen. Okay, Boys. Jetzt kommt der... Ähm... Aranjrachat. Anjanath. 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 Jetzt kommt Anja. Wir müssen... Jetzt müssen wir Anja killen. Ist das nicht geil? Das ging so schnell... Was, ey? Rede mit Wildexperte. Ja. Aber ich würd sagen, wir streicheln jetzt nochmal kurz das Schwein. Und dann war's das für diese Folge. Die war ja ganz kurz. Kurz und knackig. Und in der nächsten machen wir... Wo ist mein Schwein? Bacon! Wo bist du? Bacon. Ein super Name. Der ist ständig weg. Seitdem ich dann hier seine Expeditionsausrüstung angesetzt hab, ist er nur auf Wanderschaft. Da ist er doch. Ne, doch nicht. Also unterm Strich. Da. Hier. Der pennt nur. Denn so ein Schwein streicheln ist sehr wichtig. Ich muss ja deine Fühlsorge zeigen. Sehr schön. Haben wir das Schwein gestreichelt. Wenn du Geld brauchst, fahr im Highrank bei den Ältesten. Okay. Und mit dieser wunderschönen Aussicht auf das Piratenschiff von Captain Jack Sparrow verabschiede ich mich aus dieser Folge mit den drei Spezial-Dullis, die hier schon 3000 Stunden gespielt haben. Das war Tobi Kardashian. Tobi Kardashian, genau. Auf jeden Fall ist das jetzt der neue Name. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schalt auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, wir machen coole Sachen. Tschüss. 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 Bestes Outro. Tschüss. Tschüss. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist gerade gut. Oh mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh.